So, einmal kurz anziehen, das brauche ich hier nicht, das hier irgendwie auch nicht. Das hier wäre nicht schlecht, wenn wir das hier noch zusammenfügen, über einen fast neuen Bogen, so, mit Pfeilen. Dann machen wir jetzt erstmal, ich bringe das erste Mal im Normal-Modus. Ich hoffe, dass die Creeper nicht zu große Löcher machen. Und wir uns alles verschauen wollen. Mit dieser Hoffnung gehe ich da hinten hin. Aber erstmal nochmal schauen und essen. Nicht so viel rennen. Ich habe jetzt ja so einen Schwert verzaubert. Och, guck mal, da ist einer gestorben. Tut mir leid. Kann jedem passieren. Hm. Hm. Ich verstehe nicht, kommt jetzt gleich so ein Dschungel. Direkt vor unserer Nase. In der Richtung. Hm. Ha! Da... Habe ich dich doch gesehen. Genau. Passt gar nicht, soll ich dir eklavte Schwarzgeräusche machen. Ha! Ich darf jetzt nicht erst saufen. Ja, ertrinkt. Genau. Okay, lieber nicht, sonst kriege ich keine XP. Ich teile sie hier dann automatisch, wenn sie ertrinken. Ja. 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 Ja, danke. Die anderen sind wohl ersoffen. Kann auch mal jedem passieren. Schwein und zwei Skelette und ein Creeper und noch ein Skelett und noch ein Schwein. Schönen. Ewesche Skelett-Falt hier mit Bogen. Die machen schon ganz viel Damage. Sogar mit, äh ja, mehr oder weniger voller Rüstung. Ich versuche keine Löcher zu machen und nicht zu sterben. Zombie! Hier ist ein Minensystem, hier waren wir schon. Aua! Das Schwert bringt zwar voll, aber es geht irgendwie auch schnell kaputt. Ich sehe mir zu viele Skelette. Ich brauche eher so die Zombies. So ein Eisengold wäre aber nicht schlecht. Und? Juhu! Juhu! Au! Ah, Spinne! Nee, 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 nee! Du machst hier nichts! Und? Da sind ja ganz viele Zombies. Bis jetzt. Bis jetzt habe ich es geschafft, kein Loch zu machen. Also bis jetzt. Bis genau jetzt. Die Löcher werden wir dann später alle zumachen. Das Schwert ist schon zur Hälfte kaputt. Geht ja schnell. Ich hoffe, die Nacht ist rum, wenn unser Schwert dann kaputt ist. Enderman! Was ist denn? Creepy, komm! Alter, was ist das? Da ist ne Creeper jetzt hin? Wow! Geht's ja runter. Da stehen ein paar Skelette und Creeper. Aufpassen mit dem Schallplattenfarm. Da habe ich mich schon bei übelst dabei verletzt. Also zweites Loch. Aua! Ja, genau. Wie immer. Genau, das passiert dann immer. Creeper sprengt sich in die Luft, alle anderen sind tot. Lol, der Zombie hat ein Steinschwert. Ein Eisenschwert, meine ich. Das hätte er nicht trocken sollen. Hat er aber irgendwie nicht. Böse Junge. Ah, Creeper und Skelett. Put, 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 komm! Hier kommst du. Jetzt muss ich es schaffen, den Creeper vor das Skelett zu kriegen. Ja! Du! Die ist auch erlöst. Die haben wir hoffentlich noch nicht. Oh mein Gott! Loch Nummer 3, soweit ich mitzählen kann. Alles auch nicht schlecht. Alles auch nicht schlecht. Ich bin froh.